Körperskulpturen, der Körper als Kunst, darum geht es dem Wiener Medienkünstler Neil Curtis. Er lehnt sich mit seinen Körperbemalungen an die Hippie-Ära der 60er Jahre an und verbindet Bodypainting mit Computerkunst. Die Ausstellung in der Wiener BSA-Galerie wurde gestern eröffnet. Eine Art Mischung aus abstrakter Malerei und Performance, so lässt sich die Körperkunst von Neil Curtis am besten beschreiben. Internet und Digitaltechnik ermöglichen die kurzlebige Form seiner farbigen Skulpturen in Posen festzuhalten, die dem klassischen Akt nicht unähnlich sind. Heute kann ich eine Session machen und kann sie 10 Minuten später auf meine Webseite geben und kann zeigen, wie einfach eine virtuelle Ausstellung sozusagen ein Ergebnis zeigt und das binnen 10 Minuten. Neben Bodypainting zählt auch die experimentelle Fotografie zu seinen künstlerischen Arbeiten. Farben setzt er auch da als Stilmittel ein. Alles wird geformt und gestaltet, Baukörper und Menschenkörper. Und wie das Wetter wird, das sagt Ihnen Manfred Bauer.